ein karton wer ist dahinter auch da es hallo es wo bist du da bist du was ist denn hier schönes gekommen aber ein riesengroßer karton und kriegst du den auf ich glaube am besten machst du den mal von oben auf so jetzt musst du das anfangen oh was ist das planes überraschungseier und was gibt es da noch was ist das was ist das mario bros wow und was gibt es noch ich glaube ich habe da noch was gesehen das ist jetzt thomas glaube ich von thomas thomas and france wow ich würde sagen da sind mal echt ein paar tolle sachen gekommen oder tolle überraschungseier von thomas und von super mario auch noch eine pfeife von die weißt du was und auch noch eine pfeife von der rakete auch noch eine pfeife von der rakete. welche rakete denn die die Ach, die. Dann ist man viel schneller beim Waren. Okay. Dann springen die anderen Waren. Dann hab ich nur von der Beine weg. So. Drei große Kartons mit Überraschungseiern. Eins, zwei, drei. Und wann wollen wir die aufmachen? Natürlich jetzt. Okay. Alle auf einmal? Ja, wir haben nur eins. Und was gibt's da? Da gibt's Pfeifen und Anhänger und Aufkleber. Sticker. Ist das hier? Wie heißt der? Äh, weiß ich nicht. Das ist Bowser. Das ist Browser. Schau mal da. Das ist ein Anstecker, ne? Ja. Da ist der Anhänger, glaub ich. Da gibt's da Quitschi drauf. Heißt der Quitschi? Ja. Wie heißt der denn? Luigi. Ach, Luigi. Ach, Luigi. Hallo Luigi. Hallo. So. Und hier haben wir noch... Das sind doch die Sterne, die man bei Mario sammeln lässt. Ja. So. Und jetzt möchtest du noch ein zweites Ei öffnen? Ja. Ja. Na die dritte. Einen Mäben? Das ist nicht mehr. Eine Bumbe! Sehr gut. Ja, ich drohe. Ja. Und war da noch ein Flyer dabei? Flyer? Und ein Sticker? Stickers! Zeig her! Juhu! Zeig die Sticker her! Ja! Juhu! Wer ist denn das? Mario und Luigi! Da sind die beiden! Genau! Mario und Luigi! Die können wir bestimmt auch irgendwo draufkleben! Ja! Also wir haben den hier! Den, den und den und den! Genau! Jetzt kommt Ei Nummer 3! So! Den haben wir! Da ist noch eine Bombe! Und weg ist er! So! Wollen wir denn mal die nächsten Überraschungseier aufmachen? Ja! Ja! Planes! Planes! Glaube ich! Mit dem Jeller! Super! Das ist von Planes! Dann gehts los! Guck mal was da drin ist! Schipolade! Kleins! Ein toller Jojo! Zeig her! Ja! Da ist auch noch ein Bild drauf! Was ist da drauf? Lüsenpferd! Ein Lüsenpferd! Ein Lüsenpferd! Da ist der Lüsenpferd! Da ist der Lüsenpferd! Und was gibt es jetzt? Ein Murmelspiel! Schipolade! Kannst du das nochmal rausholen auf der Kuppe? Jetzt wieder eine Kasse Schipolade! Lecker, lecker! Jetzt schliebe ich es damit rein! Dann muss man bestimmt mit der kleinen Kugel durchs Labyrinth durch und dann zum Ziel! Ich bin im Ziel! Gut gemacht! Ist das ein Stück der zu hochkleben? Da ist er! Okay, den kleben wir auch noch irgendwo hin! Und was haben wir da? Ich bin so krass weggezogen! Ein Jojo! Ein Jojo! Aber das ist mal ein bisschen anders Wurzeltraub! Dann noch Schipolade! Und Schipolade! Und es ist auch noch ein Sticker dabei! Sticker! Jetzt wissen wir schon langsam was dabei ist, ne? Ein Sticker und ein Flyer wo auch drauf steht was alles gesammelt werden kann! Okay! Weißt du was? Dann wollen wir nicht mal diese Eier aufbauen! Von Thomas & Franz! Wir machen die Eier aufbauen! Jetzt machen wir noch ein bisschen die Eier aufbauen! Hier! warte warte fest so steht er erst mal richtig los geht und wenn maximum speed ein sticker ein stecker die sachen kann man davon gewinnen und noch das bedeutet nicht dass man ein ipad gewinnen kann hast du lust noch ein ei aufzumachen juhu dann nimm dir noch eins was haben wir hier noch mal thomas and friends und was gibt es da schlüssel und händen was ist da drauf wie heißt er denn da drauf wird ähm fersi hallo fersi sticker und noch ein flyer ein flyer mit einer idoschurchkoste alles geht genau richtig und die naschis nicht zu vergessen wohnen wir noch ein ei aufmachen okay los geht's so jetzt zeig mal her was haben wir denn hier jetzt wieder nochmal und da ist wieder thomas abgebildet ok dann guck mal was da drin ist ok dann guck mal was da drin ist und das haben wir doch schönes und jetzt habe ich noch was ganz tolles für dich nämlich die kennst du ach ja das guck dir das an hast du wusst ein paar einige was eier zu öffnen denn auf geht's mal sehen was in dem drin ist ich glaube den haben wir noch nicht mama also auf jeden fall schon mal weiße schokolade und dunkle schokolade diese weiße schokolade schenke ich dir die esse ich gerne die nehme ich oh guck mal ein angry bird und da sind die alle die angry birds und die schweine die nagel die schweine die wanne die die das nicht die die Und, wie sieht es aus? Noch ein drittes? Das ist noch ein schwarzer. Los geht's. Das war noch. Ich muss das abknarren. Ja. Das geht gut, oder? Ja. Juhu. Zeig her, was gibt es jetzt? Oh, ein Radiergummi von Angry Birds. Das nehme ich in meine Federtasche. Wir haben jetzt hier 3 Eier aufgemacht von Super Mario, 3 Eier von Planes und 3 Eier von Angry Birds und 3 Eier von Thomas & Friends und jetzt habe ich hier noch 3 Eier von Star Wars. 1, 2 und hier ist das dritte Eier. Wollen wir die auch noch aufmachen? Ja. Was ist in den Star Wars einer drin? Nee. Kleber sind das? Lassen wir auch Kunde aufklären. Die kennen wir auch alle, ne? Ja. Genau. Und was ist für ein Spielzeug drin? Nein, das ist ja auch ein Spielzeug. Sondern? Anhänger. Das ist ja auch cool. Dann können wir ja an den Schlüsselhund hängen. Ja. Wird Anakin und Yoda. Anakin und Yoda. Dieser Opa. Und was haben wir hier? Nashi. Nashi. Sternen-Nashi? Nein. Okay. Dann kommen wir zum zweiten. Genau. Der ist nicht böse. Der ist nicht böse? Ich komme nicht mehr miteinander. Das ist der Boss. Der Boss und den einen anderen. Und hier noch Aufkleber. Und so ein Aufkleber auch nochmal. Ich habe auch noch den Ton, dass du gemacht hast. Das hast du besonders gut gemacht. Mach nochmal. Super! So, wir haben hier noch ein Ei. Oh, den hab ich ja voll vergessen. Und jetzt probieren wir da mal rein, was das hier für leckere Nachos ist. Da gehen wir, die kennen wir. Aufkleber. Da sind wir die tollen Aufkleber. Hört das? Obi-Wan Kenobi. Das heißt Obi-Wan Kenobi. Heute haben wir echt viele Überraschungen, Saja, aufgepackt. Noch mehr! Ich glaub, jetzt machen wir mal kurz eine Pause. Ja? Und dann machen wir bestimmt noch mal weiter. Dann sag mal Tschüss! Tschüss! Tschüss!